Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 206. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Alter, war das eine Woche. Unglaublich. Es ging schon damit los, dass ich am Dienstag telefonisch geweckt wurde, weil es in Heide brannte. Der Kollege, der dort vor Ort war von uns und berichtet hat, hat gesagt, er wünscht sich da Unterstützung, ob ich ein bisschen früher kommen könnte und ob ich Kapazitäten hätte, da zu unterstützen. Es war ein Großbrand in einem Großhandel für Gartentechnik und da bin ich dann natürlich schnellstmöglich hingefahren. Habe von 9 bis 13 Uhr fürs Radio da gearbeitet. Sowohl ich als auch mein Kollege haben dann noch mit der studioeigenen Kamera ein paar Bilder gedreht von der ganzen Geschichte. Und dann habe ich mich ins Fernsehstudio gesetzt und habe noch zwei kurze Beiträge für Schleswig-Holstein Magazin und für Schleswig-Holstein um 18 Uhr gemacht. Und wurde dafür auch in der Konferenz am nächsten Morgen sehr gelobt und das hat mich sehr gefreut. Und vor allen Dingen gab es dann den Auftrag, doch bitte noch einen Nachklapp zu machen, so einen Bericht im Sinne von am Tag danach, wie geht es jetzt weiter. Und das haben wir dann eben auch noch hinbekommen. Und ja, da ging es dann nämlich auch schon los, denn die ganze Geschichte hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Also ich hatte einen Termin am Abend um 7 Uhr am Mittwoch, zu dem ich gleich noch mehr erzählen möchte. Und ja, es hat einfach länger gedauert, den Film fertig zu machen. Also wir waren mit den Dreharbeiten ganz gut fertig geworden und musste dann noch auf den Schnitt warten, weil also in Heidel im Studio haben wir nur einen Schnittplatz und der war gerade belegt bis 16.30 Uhr oder so ungefähr. Und dann gab es also erst den Auftrag für die Sendung um 18 Uhr noch einen kurzen Bericht zu machen und der sollte dann Teil eines längeren Berichtes sein für das Schleswig-Holstein Magazin. Und mein Plan war eigentlich mit beidem bis 18 Uhr fertig zu sein. Das sah eigentlich auch ganz gut aus. Wir hatten das eigentlich ganz gut im Griff, aber dann gab es noch ein paar Änderungswünsche und ja, meine Güte, das hat man halt. Dann war also der Zug um 18 Uhr für mich nicht zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Da habe ich also meinen Termin verschoben und wir haben dann weitergearbeitet, haben die Änderungen eingearbeitet, haben alles soweit klar gemacht. Und wie der Teufel dieses alte Eichhörnchen es dann manchmal so will, sind wir um, ich sage jetzt einfach mal, 18.57 Uhr damit fertig geworden. Der Zug fuhr pünktlich um 19.02 Uhr und ich weiß ganz genau, dass ich relativ, ja was heißt relativ, ich weiß genau, dass ich sechs Minuten brauche vom Büro auf den Bahnsteig und habe dementsprechend gesagt, ja gut, okay, kriege ich nicht mehr. Wusste ich, das ging nicht, schaffe ich nicht und habe also erst noch ganz in Ruhe zusammengepackt und bin dann ganz gemütlichen Schrittes losgegangen, weil ich schon wusste, ich würde mir ein Taxi nehmen für die Fahrt nach Hause. Weil dieser Termin, der jetzt, der ursprünglich um 19.00 Uhr stattfinden sollte, jetzt auf 20.00 Uhr verschoben war und das hätte ich nicht nochmal verschieben können. Das wäre nicht drin gewesen. Also habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und Geld ausgeben für ein Taxi, was mich natürlich enorm nervt, aber es hilft ja nichts. Da muss man halt einmal im Quartal, nein, nicht im Quartal, nein, einmal im Quartal muss man da nicht durch, aber alle paar Jahre ist das mal notwendig. Ja und wie das so üblich ist, also am Bahnhof stehen Taxen, die auf Kunden warten und natürlich kennt man ja freie Wagenwahl hin oder her. Man hat gefälligst den ersten in der Schlange zu nehmen und da bin ich also hingetapert, habe mich ins Fenster gebeugt und habe gefragt, was denn wohl eine Fahrt nach Husum kostet. Und er sagte gleich, ja, so 80 Euro werden das wohl werden, das war mir eigentlich ein bisschen zu teuer, denn man muss ja eigentlich, wenn man außerhalb des Taxibereiches fährt, für den man eine Zulassung hat, da muss man einen Festpreis vereinbaren. Und da wollte ich so ein bisschen handeln, aber er hat sich da nicht so richtig drauf eingelassen und ich hatte auch einfach keinen Bock, da jetzt irgendwie noch groß zu diskutieren. Ich hatte schlechte Laune, ich war wirklich angepisst von der Gesamtsituation und habe gesagt, ja komm, da fahren wir jetzt los, ist egal. Und bin eingestiegen, habe gesagt, ja okay, da machen wir halt 80 Euro, ist ja wurscht. Und sind erstmal losgefahren und auf dem Weg, eigentlich keine 50 Meter gefahren, da fragte er mich schon, wie das denn kommt, dass ich jetzt Taxifahrer, ob nach Husum keine Züge mehr fahren würden. Und dann sage ich, ja doch, eigentlich schon, aber der letzte ist gerade weg, der nächste fährt um kurz nach 8 und ich muss um 8 da sein. Im Büro hat es länger gedauert, ich musste noch was fertig machen. Und dann kamen wir eben darüber entschnacken, was ich denn so mache, ich habe das erzählt und dann ging es los, dann ist eigentlich, das war super. Dann sagt er, dann, du ahnst es ja nicht, du brauchst einen schnellen Polen für alle Fälle. Ich bin, er heißt anders, ich habe aber nicht mit ihm darüber gesprochen, ob das okay ist, dass ich ihn hier erwähne. Deswegen nennen wir ihn jetzt an dieser Stelle mal Marius. Sagte er, ich bin Marius, dein schneller Polen, dein neuer, bester polnischer Freund. So war die Formulierung. Und wir waren uns dann sehr schnell einig, dass wenn ich mal einen Job habe, auf den ich keinen Bock habe oder für den ich keine Zeit habe, dann rufe ich Marius an und er fährt dann hin, erledigt das für mich und wir regeln den Rest unterm Tisch. Und das war, das war unfassbar spaßig. Wir hatten, hatten sehr schnell einen sehr guten Draht zusammen. Irgendwann rief noch seine Zentrale an, die wollten irgendwas. Dann sagt er, nein, ich nehme keine Aufträge mehr an, ich arbeite jetzt bald fürs Fernsehen, für den NDR. Da steige ich jetzt ganz groß ein. Und haben also die ganze Zeit so Quatsch gemacht und rumgeblödelt und kam dann auch relativ schnell drauf, dass ich ja gerne podcaste und das will er sich jetzt auch mal zeigen lassen. Und so, das war einfach, meine schlechte Laune hat genau noch 300 Meter weit gehalten, wenn überhaupt. Und das ist manchmal, es gibt so Tage, da schickt dir das Leben einfach ein Taxifahrer und der rettet deinen Tag. Das war, das war echt großartig. Und am Ende waren wir dann mit so, keine Ahnung, 87 Euro auf der Uhr und aber Festpreis ja 80 Euro, haben wir dann bei uns vor der Haustür gestanden um Viertel vor acht. Das hat also super hingehauen. Und ja, das war, ich war danach irgendwie furchtbar tiefenentspannt. Das war sehr, sehr cool. Hat einen Mordspaß gemacht. Und wenn ich das nächste Mal wieder unterwegs bin, dann halte ich auch schon am Mariusch. Na klar. Geiter Typ. Das ist unglaublich. Naja, mein Termin oder unser Termin, muss man ja vielmehr sagen, das war uns sehr wichtig, dass wir da einen guten Eindruck machen. Denn wir haben uns nämlich beworben als Gasteltern bei AFS. AFS ist eine Austauschorganisation, die Auslandsaufenthalte für Jugendliche vermittelt. Also ja, Austauschschüler sozusagen, nur dass halt kein Eins-zu-eins-Austausch stattfindet. Also insgesamt schon. Also Deutschland schickt genauso viele Schüler ins Ausland, wie es aus dem Ausland aufnimmt. Nur, dass die halt, also was weiß ich, wenn jetzt Familie A schickt ihren Sohn los aus Deutschland nach Sri Lanka meinetwegen. Und dann kommt aber niemand aus Sri Lanka zu Familie A zurück, sondern von Familie B kommt irgendjemand zurück und der wohnt dann bei Familie C. Also es ist so, wir sind Familie C. Wir haben mit nichts irgendwas zu tun. Sehr kompliziert, oder? Total dumm. Könnte ich besser erklären. Also junge Menschen gehen ins Ausland und die brauchen dann Familien, bei denen sie wohnen können. Und um so einen Platz, als eine solche Familie haben wir uns beworben. Und wir werden jetzt also ab September voraussichtlich eine 18-Jährige aus Pennsylvania bei uns aufnehmen. Das ist jetzt im Augenblick so der Stand der Dinge. Da sollte eigentlich auch nichts mehr schief gehen nach allem, was wir jetzt so gehört haben von den Leuten, die bei uns waren. Das war so ein, ich will nicht sagen Vorkontrolle, aber so ein, man nennt das, die nennen das Home-Interview. Also einfach neue Gasteltern mal kennenlernen, mal gucken, was sind das für welche, wie leben die und wie sind die so aufgestellt. Also was sind das für Charaktere? Das ist ja ganz wichtig, glaube ich, das zu wissen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was dann passiert. Also sie kommen dann irgendwann Anfang September bei uns an und dann sollen sie hier zur Schule gehen. Das heißt, wenn das alles soweit klar ist, dann müssen wir uns darum kümmern, dass sie in der Schule angemeldet wird. Und wenn sie hier ist, dann müssen wir mit ihr zum Ausländeramt und sie auch nochmal anmelden. Und ich glaube, den Wohnsitz auch noch, weiß ich nicht, habe ich vergessen, keine Ahnung, kriegen wir alles nochmal schriftlich. Ja, und dann lebt sie hier, geht ganz normal zur Schule, soll hier Alltag in Deutschland kennenlernen. Also was letztlich bedeutet, dass wir kein Entertainment-Programm veranstalten müssen, sondern wir leben unser Leben und versuchen sie irgendwie so zu integrieren. Die Ansage war, dass wir mit ihr das Gleiche machen sollen, wie wir auch mit unseren eigenen Kindern, was wir auch mit unseren eigenen Kindern machen würden. Also spülen, Rasen mähen, putzen. Ne, also ach, ich weiß nicht, mal gucken. Wir haben, wir wissen das noch nicht, was wir da machen werden, aber so ein paar Ausflüge gibt es da bestimmt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Plan. Und dann sehen wir mal, was da kommt. Ja. Ich werde euch da, soweit es geht, auf dem Laufenden halten, also zumindest über diesen ganzen Prozess, den wir da jetzt dann durchlaufen, bis wir dann richtig echte Gasteltern sind. Aber was auch feststeht, anders als bei meiner Frau, werde ich bei unserem Teenager dann erstmal nachfragen, ob ihr das überhaupt recht ist, dass ich im Podcast über sie erzähle. Kann ja sein, dass sie das gar nicht möchte. Mal gucken. Achso, ich bin drauf gekommen übrigens, weil in der Zeitung ein Artikel darüber stand, dass Gasteltern gesucht werden, und zwar explizit aus Husum, dass sich Leute bewerben können, die entweder eigene Kinder haben oder gar keine Kinder haben oder die alleinstehend sind. Hauptsache ist ein freies Bett und das Bewusstsein, dass sowas natürlich auch ein bisschen Geld kosten kann. Denn da ist dann halt jemand da, der jetzt dann mitisst und mitverbraucht. Aber meine Güte, das Haus ist groß genug. Hier sind mindestens zwei Zimmer, ja, sagen wir mal, mindestens anderthalb Zimmer, für die wir noch keinen richtigen Plan haben, was wir damit machen wollen. Und warum dann nicht sowas? Ist doch eine super Idee, habe ich mir gedacht. Meine Frau war der gleichen Meinung. Witzigerweise, das habe ich erst danach erfahren, hatten also, ich wusste, dass die auch schon mal einen Austauschschüler hatten, aber der war auch von AFS, wie das manchmal so spielt. Naja, das ist also das. Dann waren wir ganz, ganz kurz auf der Kieler Woche, Freitagnachmittag losgefahren. Und ja, also waren dann nur abends wirklich mal, haben auf dem internationalen Markt was gegessen und sind dann noch ein bisschen rumgebummelt und waren dann relativ schnell wieder zu Hause, weil es einfach auch kalt war. Und wir haben nur ein ganz kleines bisschen vom Soundcheck auf einer der Bühnen mitbekommen. Und ein Chor, den Holtenauer Gospel Chor haben wir gesehen. Ja, oder das war nie Quatsch, das war ja Samstag. Das ist ja Blödsinn, was ich jetzt erzähle. Nee, also wir haben, so musikalisch haben wir nicht viel mitbekommen, aber halt so Atmosphäre mal schnuppern. Das ist ja auch irgendwas. Also wir haben, also sie ist in Kiel aufgewachsen, ich habe da sechs Jahre lang gewohnt. Und Kieler Woche war für mich schon die ganze Zeit eigentlich, also Kieler Woche war ja auch mit einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, für mich nach Kiel zu gehen. Dass ich nämlich einen guten Freund von mir damals besucht habe, den ich bei Antenne Koblenz im Volontariat kennengelernt habe. und der hat dann in Kiel eine Werbeagentur aufgemacht und hat immer so an mir rumgegraben, so er bräuchte jemanden, der sich mit Audio auskennt für Audioproduktionen, ob ich das nicht machen könnte. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf Kiel. Ich fand Kiel irgendwie, ohne es zu kennen, fand ich Kiel irgendwie piefig und hatte keinen Bock drauf. Und er sagte, ja, dann komm doch mal vorbei. So, hier ist jetzt Kieler Woche. Wenn du Zeit hast, dann kannst du hier ein paar Tage sein und wir gehen dann abends los und es wird schon irgendwie cool werden. Ja, und es war cool, weil in den Tagen, in denen ich da war, ich weiß nicht, ein paar Tage waren das nicht, die ganze Zeit über, da hatten wir ein Bombenwetter. Es war ungewöhnlich warm für eine Kieler Woche, wie ich dann im Späteren gelernt habe. Und wir hatten eine Mordsparty über mehrere Tage hinweg und hatten richtig Spaß. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann bin ich zum 1.8. hier. Ich habe mir eine Wohnung gesucht. Das war damals noch viel, viel einfacher. Und bin nach Kiel gezogen. Das war viel einfacher. Heute kriegt man keine Wohnung mehr in Kiel, nicht so schnell. Nee, na ja. Jedenfalls war Kieler Woche, habe ich dann danach auch immer wieder sehr, sehr gerne mitgenommen. Ich habe mir zum Teil Urlaub genommen, um gemütlich feiern gehen zu können. Oder war dann immer nur so mal einen halben Tag im Büro. Also irgendwie, ja, bis spätabends weg gewesen. Kieler Woche, ole. Und bin dann irgendwann so gegen Mittag mal im Büro aufgetaucht, habe mal geguckt, was anliegt, habe ein paar Stunden gearbeitet, war wieder weg. Sowas in der Art, das gab es auch mal. Und das war einfach immer so ein, ja, einfach nicht, ich mag einfach die Atmosphäre auch so, wie man zur Kieler Woche losgeht. Also wie die Leute das dort machen. Das ist mir erst mal jetzt gerade wieder aufgefallen, was das für ein Flair hat einfach. Also ich habe, als ich, als wir eben jetzt dann da waren und mir das auffiel, ich hatte das Auto gerade eingeparkt, war noch im Supermarkt, weil ich für meine Frühschicht am nächsten Morgen, meinen viel zu Frühdienst, was zu trinken einkaufen wollte. Und dann kamen mir halt so Gruppen von Leuten entgegen, die sich irgendwo an der Straßenecke verabredet haben und dann gemeinsam zur Kieler Woche gegangen sind. Jeder hat einen Rucksack dabei, mit was zu trinken drin und irgendwie wahrscheinlich noch eine Regenjacke. Und dann gingen die halt los. Und das ist einfach so eine lockere, gelöste Atmosphäre, die so in der Stadt liegt. Und das finde ich total cool. Das ist tatsächlich was, was mir an Kiel fehlt, muss ich sagen. Muss ich in den nächsten Jahren mal mehr darauf achten, dass ich wieder regelmäßig zur Kieler Woche fahre. Denn ich will eigentlich ja auch von der Westküste nicht weg. Das ist das ja, hier ist ja eigentlich so, zum Leben ist ja hier geiler. Aber diese eine Woche, das sind ja sogar zehn Tage, da müsste man dann nochmal, ja, vielleicht muss ich mir da wieder angewöhnen, dass ich mehr frei nehme oder mehr Jobs in Kiel annehme. Das ist auch eine Idee. Das ist gut, das mache ich. In Kiel arbeiten, die Kieler Woche über. Naja, das war also das. Ich habe mich noch mit Christoph getroffen vom ESC-Schnack-Podcast. Das war ganz, ganz prima. Da ein bisschen noch gemeinsam rumgestolpert. Er hatte auch noch einen Kollegen dabei. Und dann haben wir uns irgendwann, ich weiß nicht, so gegen halb zehn oder was, dann haben wir uns dann wieder aufgeteilt, weil ich dann auch echt dringend ins Bett musste. Denn nächsten Tag war ja viel zu früh Dienst in der Nachrichtenredaktion vom Radio. Habe da also meine sieben Stunden abgerissen. Und irgendwann, also ich war dann doch, im Endeffekt ist man ja einfach immer viel zu spät im Bett. Hatte irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden nur geschlafen. Und dann ging das so los, dass ich ab zehn richtig Malheur kriegte mit dem Wachbleiben. Und dann, da musste ich mich ganz schön anstrengen. Und bin dann also, ja, wir sind dann nach Feierabend um zwölf, bin ich in unserer Unterkunft bei den Schwiegereltern, habe meine Frau abgeholt. Wir sind auf einen internationalen Markt gegangen, haben da was gegessen, haben noch eine kleine Runde gedreht und sind dann allmählich wieder nach Hause. Und ich hatte schon gleich gesagt, das wäre ganz prima, wenn du fahren würdest, weil ich einfach viel zu müde bin. Und das war auch ganz gut. Also wir hatten dann Kram im Auto und sind dann losgefahren. Und ich habe gesagt, du, weißt du, ich muckel mich immer schon ein bisschen ein. Und dann waren wir noch nicht ganz aus Kiel draußen. Da habe ich, bin ich eingeschlafen. Und als ich das nächste Mal die Augen aufgemacht habe, waren wir schon in Husum. Also normalerweise schaffe ich das nicht, so lange zu schlafen auf der Fahrt. Also spätestens, wenn wir von der Autobahn runterfahren, da werde ich wach. Und das war hier nicht. Also ich hatte doch ein bisschen was nachzuholen. Ja, und dann war ich heute in Wismar, heute am Sonntag, habe Dotti besucht, mit der ich das Nord-Süd-Gefälle mache. Und wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht und haben noch so das ein oder andere, was wir noch einzulösen hatten, so unter uns. Das haben wir eingelöst. Also ja, auch nicht ganz. Ich habe ja eine Wette verloren im Nord-Süd-Gefälle. Ich schulde ihr noch einen Döner. Und wir hatten dann aber, haben uns angeguckt und haben gesagt, Döner, hatten wir beide irgendwie nicht so richtig Lust drauf in dem Moment und wollten dann doch lieber Fisch und haben uns dann am Marktplatz hingesetzt. Ich glaube, das Ding hieß Schwedenbache, wo wir waren. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls gab es da lecker Matthies mit Bratkartoffeln und Salat. Und das war, ja, war sehr, sehr gut. Alles, was es dazu noch zu sagen gibt, das hört ihr dann im nächsten Nord-Süd-Gefälle, am 15. Juli. Also besseren Teaser gibt es doch eigentlich gar nicht. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe für diese Folge. Ob es nächste Woche klappt, dass ich noch einen Podcast aufnehme, das weiß ich nicht. Denn das Wochenende ist echt voll mit ganz vielen Sachen, die erledigt werden müssen. Und die, die mich dann doch auch so ein bisschen, so ein bisschen binden. Ich sehe schon, dass ich da einen Termin absagen muss. Den kriege ich nicht unter. Aber naja, das ist auch Detailkram. Also ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Höchstwahrscheinlich eher nicht. Insofern hören wir uns dann einfach in zwei Wochen wieder. Und wenn es vorher klappt, dann freuen wir uns. Ich wünsche euch was. Eine hervorragende Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.